Lale versucht sich bei Sturm der Liebe als Hellseherin. Sie liest Nicole den Kaffeesatz. Dabei sagt sie ihr eine mögliche Schwangerschaft voraus. Obwohl Nicole dies zunächst nicht ernst nimmt, wird sie bald nachdenklich. Denn sie merkt, dass ihre Periode tatsächlich überfällig ist. Bekommt sie mit Michael wirklich ein Kind? Währenddessen lädt Vincent Anna zu einer Wanderung ein, ohne zu ahnen, dass Philipp versucht, ihren Ausflug zu sabotieren. Dessen List führt dazu, dass sie unerwartet an den Ort von Wilmers Tod kommen, was bei Anna tiefe Trauer auslöst. Vincent glaubt daraufhin, alles vermasselt zu haben, wird aber später von Anna mit einer überraschenden Offenbarung konfrontiert. Worum es sich handelt, seht ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Dienstag um 15.10 Uhr in der ARD. Was. Vielen Dank. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020